Huli Nerdo Insgesamt sieben Fragen zum Thema Manga und Anime und die würde ich jetzt an dieser Stelle sehr gerne beantworten. Da komme ich auch schon direkt zur ersten Frage, wie ich zu den Animes bzw. den Mangas gekommen bin. Das war so gewesen, ich bin ja, wie ihr mit Sicherheit euch denken könnt, ein Kind der 90er. Und da gab es in den frühen 90er Jahren den Sender Tele 5. Da liefen einige Animes, unter anderem die Königin der 1000 Jahre, eben halt Queen Melania und auch so Sachen wie Saber Rider and the Star Sheriffs. Also das sind jetzt so die Serien, woran ich mich da erinnern kann. Und dann gab es auf dem ZDF so Serien, die ich heute auch noch sehr schätze, unter anderem Speed Racer oder Captain Future. Letztere ist einer der fantastischsten Serien überhaupt, aber dazu komme ich gleich noch. Dann gab es da auch so Serien wie Sailor Moon. Das lief da in deutscher Erstausstrahlung, kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen so etwas lief. Wenn man mal so betrachtet, was heutzutage da so läuft. Das waren so die ersten Serien, die ich geschaut habe. Und dann gab es auch noch so Sachen wie Kimba der Löwe, also Kimba der Weiße Löwe. Dann auch noch auf, eben besagt, Tele 5 gab es dann auch so Serien, die dann später auch beim RTL 2 liefen, wie zum Beispiel Das Dschungelbuch oder Robin Hood. Und viele weitere Serien. Mir fällt jetzt auch schon gar nicht alles ein, aber jetzt nur mal, um so ein paar Serien zu nennen. Ich denke, viele davon werden mit Sicherheit bekannt sein. Wie ich zu den Mangas gekommen bin, das war so gewesen. Ich habe schon als etwa 9- oder 10-jähriger Comics gelesen und da sah ich mal in einem Comic-Clan, in dem ich war, sah ich ein Manga-Power-Heft. Das erschien beim Egg Bond Verlag und da waren dann mehrere Kurzgeschichten oder mehrere Kapitel von verschiedenen Manga-Serien drin enthalten. Unter anderem auch Ranma an Halb, das wurde da veröffentlicht, da kannte noch niemand in Deutschland die Serie. Oder auch so Sachen wie Dominion Tank Police, auch ein großartiger Anime, der ist meines Wissens, also eine großartige Manga-Serie, die es meines Wissens gar nicht ins deutsche Fernsehen geschafft hat. Also meines Wissens gibt es da keine Übersetzung von. Da gab es wohl nur mal so ein paar deutsche Tapes, meines Wissens, die untertitelt wurden. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, kann auch sein, dass ich jetzt total falsch liege. Auf jeden Fall erschienen davon dann auch noch Separatbände. Und das war sogar schon, bevor es diese normalen Buchformate gab in Sachen Manga bei uns. Das war dann immer halt eben halt so dieses normale Comic-Heft-Format. Das sind so meine ersten Erfahrungen mit Manga gewesen. Und da gab es dann auch später die Street Fighter-Serie, die erschien beim Bastai Verlag. Und das müssten so die ersten wirklichen Manga-Stories gewesen sein, die ich gelesen habe. Womit ich aber jetzt auch zur nächsten Frage komme, was sind deine Lieblings-Animes und Lieblings-Mangas? Ich denke, ich habe darüber schon so viel erzählt in anderen Videos, aber ich möchte es einfach nochmal festhalten. Definitiv eine meiner allerliebsten Anime-Serien und ich hoffe, dass diese Serie demnächst auch mal eine Neuauflage der DVDs bekommt, weil sie absolut schweineteuer ist und überhaupt nicht erschwinglich. Die Rede ist hier von Captain Future. Und ja, ich stehe eben halt total auf Science-Fiction und durch diese Serie wurde ich optimal bedient. Und ich denke, zu dieser Serie habe ich schon in anderen Videos viel gesagt. Deswegen klickt mal auf meinem Kanal rum, falls ihr da mal Näheres von mir hören möchtet. Ansonsten eben halt auch so Sachen wie Saber Rider and the Starsheriffs. Ich denke, da sage ich jetzt auch niemandem etwas Neues. Ich stehe eben halt, ich stehe so total auf fremde Welten und Kreaturen und Meccas und auch so Dinge, die ich gerne schaue, sind Neon Genesis Evangelion. Wobei das ist ja wiederum etwas relativ Moderneres, auch wenn ich eigentlich auf diesen älteren Zeichenstil stehe. Aber so große Kampfroboter in einem Science-Fiction-Szenario, damit kann man mich begeistern. Ansonsten sind noch Magical-Girl-Serien bei mir hoch im Kurs. Ich nenne hier jetzt einfach nur mal Sailor Moon oder Cutie Honey Flash. Das waren so die Serien, die ich auch gerne verfolgt habe. In Sachen Mangas geht es in eine ganz andere Richtung bei mir. Ich stehe so da eher auf Comedy und Romance, um jetzt hier mal eine meiner Lieblingsserien zu nennen. Das ist tatsächlich Love, Hina. Ich mag es auch gern mal ein bisschen romantisch und witzig. Und da fühlte ich mich sehr gut unterhalten bei dieser Manga-Serie. Aber ich habe auch vieles andere von diesem Autor und Manga-Zeichner gelesen. Ansonsten dann auch eher Manga-Geschichten, die dann eben halt in fremde Welten entführen. Ob ich Mangas und Animes kaufe, im TV schaue oder übers Internet konsumiere. Ich konsumiere tatsächlich viele Animes übers digitale Fernsehen. Ansonsten leihe ich mir immer mal wieder von bekannten DVDs, dass ich diese anschauen kann. In Sachen Mangas bin ich aktuell gar nicht so dabei. Ich weiß gar nicht, ob es da momentan irgendetwas gibt, was ich mir zulegen könnte. Wo ich dann immer dranbleibe, dass ich den neuesten Band verfolgen mag. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt könnte ich auf diese Frage intensiver eingehen. Ansonsten wäre noch gesagt zu den Animes, dass ich früher viel aufgenommen habe. Auch noch sogar VHS-Tapes besitze. Und ich auch ziemlich froh darüber bin, dass ich einige alte TV-Aufnahmen digitalisiert habe momentan. Weil die Captain Future Box ist nicht erschwinglich. Also würde ich die ganze Serie kaufen, müsste ich über 600 Euro hinlegen. Und da bin ich dann doch froh, dass ich meine alten TV-Aufnahmen digitalisiert habe von dieser Serie auf mehr oder minder magerer Qualität. Kommen wir zur nächsten Frage. Was begeistert dich an Animes und Mangas? Naja, es ist einfach dieser Zeichenstil. Ja, früher war eben halt Anime und Manga dafür bekannt. Eben halt große Augen. Das hat sich ja mittlerweile auch etwas gelegt. Natürlich spielt der Zeichenstil eine Rolle und vor allem die japanischen Autoren, die haben ja so eine ganz andere Vorstellung etwas umzusetzen, als es zum Beispiel die Amerikaner sind. Ich weiß, mittlerweile gibt es auch viele deutschsprachige Manga-Zeichner und Mangaka-Autoren. Aber die Japaner haben es immer mal wieder geschafft, auf ihre eigene Art und Weise Menschen in andere Welten zu entführen. So wie es das kaum andere Menschen auf der Welt schaffen, die kreativ sind. Und damit schließe ich dann auch den Tag ab und die Frage lautet, welcher ist dein Lieblings-Anime-Film? Hm, okay, jetzt muss ich ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Es, äh, ja doch, es ist ein Ghibli-Film. Und zwar Die letzten Glühwürmchen. Eine ernste Thematik, die gewiss den Zuschauer das ein oder andere Tränchen fließen lässt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, diesen Anime-Film. Ein wunderschöner und zugleich trauriger Anime. Und damit hätte ich dann diesen Tag auch abgeschlossen. Falls ihr Antworten machen wollt, fühlt euch getaggt. Ich tagge jetzt speziell hier niemanden und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön und bis bald.